Hallo und da sind wir wieder zurück bei Satisfactory. Wir haben letzte Folge Kupfer geholt. Da, dieses wunderschöne, bronze-goldene, runde Etwas. Das müssen wir da hinten hinführen. Frage, wie? Frage, wie? So sieht es nämlich aus. Frage, wie machen wir das? Ich habe da schon eine Idee. Und zwar machen wir einen ganz simplen Aufzug. Aber halt nur so hoch, dass wir den halt... Ja gut, eigentlich ist das unrelevant, weil hier ist ja trotzdem noch das Ding. Und wir würden ja nicht weiterkommen. Aber nach unten möchte ich nicht. Ich meine... Okay, wir könnten machen... Pass auf. Wir könnten machen. Wir machen den nach unten, ja? So. So ist schon mal ganz gut, ne? Dann ziehen wir den einmal hier hin. Er ist zwar unten, ja, stört mich auch. Aber jetzt machen wir wieder einen Fahrstuhl und haben den hier. Das heißt für uns, das hier kommt ja noch weg, dieser Tank und das, dann haben wir hier auch wieder noch so anderthalb Platz. Aber jetzt könnten wir den halt genau auf der Ebene halt da wegführen. Die Frage ist, wie viele Ebenen ist das hoch? Das ist eine Zweiebene, oder? Ja, ist es. Ist eine Zweiebene. Theoretisch? Ne, theoretisch können wir das nicht machen. Schade. Ich dachte, wenn wir jetzt hier nochmal hochbauen, dass wir den da drauflegen. Aber das geht ja nicht wie in dem Band hier. Können wir höchstens hier hinten machen, aber dann macht es auch keinen Sinn mehr. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das einfach mit dieser Art hier. Dass wir die hier außen rumführen und hier müssen wir dann ja eh nach unten, da müssen wir dann eh runter gehen. Dass wir in den unteren Splitter kommen. So. So. Okay. Haben wir. Alles klar. Haben wir, haben wir. Dann haben wir erstmal wieder ein Leck, weil da hinten wieder irgendein scheiß Kack lädt, was überhaupt nicht sein muss. Aber danke dafür. Vielleicht stelle ich einfach mal die Sichtdistanz höher oder runter, keine Ahnung. Stört so langsam. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Wir müssen hier hin kommen. Also am besten kommen wir hier ran. Frage ist nur, wie kommen wir an sich dort ran? Indem wir den so runterführen oder? Erstmal ist das hier sogar blöd gesetzt, by the way. Wir müssen nämlich da ran. So geht's schon mal los. Und es würde technisch gehen, würde prinzipiell nur Kacke aussehen. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Das heißt, wir gehen hier schon runter, oder was? Wir gehen hier schon runter, direkt. Und gehen dann um die Kurve. Das könnten wir machen. Ah, das könnten wir machen. Das könnte auch... Das ist ganz gut. Dann haben wir natürlich hier das Ding. Ich sag zu oft, dann. Und dann. Und dann. Machen wir das hier rein. Easy. Okay, jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Geil. Aber dafür kommen wir hier durch. Okay. Geil. Alter, das sieht schon cool aus, ne? Das sieht schon cool aus. Und nicht runterfallen. Wäre fatal. Ich habe mal irgendwo gesehen, in irgendeinem Video bei irgendeinem anderen deutschen Let's Player da, hier, Spielbär, keine Ahnung, wie der wieder hieß, da schwomm bei dem in irgendeinem See so ein großes, komisches Vieh rum, was immer aufgetaucht ist und wieder verschwunden ist. Habe ich noch nicht gesehen. Ich will das töten. Aber gut. Wir haben hier die beiden Splitter. Die beiden Splitter bringen hier Sachen hier rein. Okay. Und diese beiden Sachen müssen jetzt hierbei jetzt hier rein. Das ist kein Problem. Weil wir können hier einfach nehmen. Zack. Hier rein. Zack. Da rein. Zack. Da rein. Zack. Da rein. Easygong. So einfach hätten wir uns bei einem anderen eigentlich auch machen können. Deswegen, das ist super easy gewesen jetzt. Können wir jetzt schon mal Strom hierhin pappen. Und Strom hierhin pappen. Und dahin pappen. Dann nehmen wir hier die Wand einmal weg, damit wir den hier verbinden können. So. Verbinden den hier ran und die beiden da ran. Alles klar. Passt. Jetzt brauchen wir noch Strom an sich. Das ist wieder mal so eine... Naja. Wir nennen es mal Problematik. Strom ist in dem Spiel echt ein Problem. Oder ich bin einfach nur zu doof für Strom. Das kann natürlich auch sein. Da gebe ich... Da gebe ich natürlich alles zu. Ich gebe meine Inkompetenz gerne zu bei sowas. Aber sehr gerne. So. Wir brauchen... Wir müssen diesen Strom jetzt irgendwo anschließen. Die Frage ist nur... Wo? Moment. Hier. Am besten da würde ich sagen. Genau. So. Hier muss er sein irgendwo. Das heißt, wir machen den auf der Ebene. Am besten hier. Kann man machen. Und dann schließen wir den da an. Easy. Obwohl er mir hier sogar gar nicht so passt. Hier passt er mir halt echt nicht, ne? Da mache ich lieber, dass der direkt dort angeschlossen ist. So. Hier. Für die Optik. Für die Optik ist er sogar mit zwei angeschlossen. So. Scheiß drauf. Hier. Alles für die Optik. So. Für die Optik ist er da auch nochmal in zwei angeschlossen. Egal. Strom hat er. Wie sieht der Strom aus? Der Strom ist voll cool. Was zum Beispiel? Ach so. Weil hier erst dann und dann hier. Also erst ab hier Strom fließt. Okay. Ich habe gerade überlegt. Ne. Schon wieder irgendwelche komischen Einbrüchen oder Spitzen oder so. Habe ich keinen Bock drauf. Was sollte Joko mal reichen hier? So wirklich. Sollte ja mal funktionieren hier alles. Sieht auch ganz gut aus. Wir anmachen das Ding, ne? Was wir noch machen können, ist natürlich den Weg hier machen, ne? Nehmen wir hier wieder die Wände raus. Und nehmen diese Wände hier wieder. So. Weil mit denen können wir ja die hier machen, ne? Die Frage ist, wie machen wir das denn jetzt? Im Grunde müssten wir eine ganze Nummer höher gehen. Warte mal. Können wir, wenn wir das hier weg machen, ja? Was meint ihr? Ist das gut so? Könnte gut sein, oder? Ne, wenn ich den da weg mache, geht das glaube ich nicht mehr. Ist das gut so? Das könnte ganz gut so sein. Wobei, Moment. Ich überlege gerade. Nein! Nein! Alter, das ist voll tief. Alter, das ist voll tief hier. Was zum Teufel? Ich brauche eine Insel. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Fusch? Ich brauche eine Insel. Hilfe! Hilfe! Insel! Oh, da! Insel! Insel! Ich komme! Ich bin echt runtergefallen, ey. Ich glaube, ich kriege ja zu viel. Was zum... Ha! Können wir sogar entfernen. Easy. So. Okay. Machen wir mal es mal so. Können wir hier rauf gehen. Alter, das kann doch nicht sein. So. Bauen wir uns mal schnell hier einen Weg lang. So. Easy. Gerettetetetetetetetetetet. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir einen Fahrstuhl hochbauen. Die Frage ist nur, ob es das bringt, weil ich möchte den gern schon in der Ebene haben. Die hilft schon. Die Frage ist nur, ob an sich die Ebene hilft. Wir können das wegmachen, wir können Logistik den hier benutzen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie hoch muss der werden? So hoch oder ist das zu tief? Das ist sogar die richtige Höhe, oder? Ich glaube, das ist die richtige Höhe. Können wir also so lassen. Das heißt, wir bauen diese Dinger hier aus. Ganz einfach. Nehmen dann diese Wände. Packen die natürlich hier rein. Egal wo ich es gebaut habe, es war falsch. Werden wir bestimmt irgendwann wieder finden. So wie die Sachen gerade. Irgendwann kommt alles zum Vorschein. So. Haben die jetzt da drin. Okay, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die in das letzte Fach dort reinkommt. Hier. Scheiße. Problematisch. Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Wie kommen wir denn an das Fach ran? Haarstuhl. Von unten würde ich sagen. Das heißt. Boah, okay. Das heißt. Diese Ebene. Wir bauen erst mal an dieser Ebene hier irgendwie was hoch, dass wir den überhaupt kriegen. Wir müssen da erst mal rankommen. So. Ah wow. Wir haben nicht mehr genug Zeug. Mal hier sortieren. So. Wieder genug Zeug. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Und pappen das da ran. Dadurch sind wir schon mal wieder auf der Höhe. Und passt alles. Dann können wir die unteren weg machen. So. 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 Und wir können. Lass mich gucken. Lass mich überlegen. Puh. Wenn wir jetzt einen Fahrstuhl benutzen. Ist die Frage. Wohin. Okay. Wir sind dann. Wir sind dann hier. Hier könnte es funktionieren. Wir lassen den nämlich einfach dort. Nein. Dort bringt nichts. Dort bringt gar nichts. Nochmal. Fahrstuhl. Haben wir richtig gesetzt? Ja. Fahrstuhl hier. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ähm. Hier. Ah. Oh Gott. Alter. Was wird das hier? Wir machen das anders. Hier machen wir den weg. Denn hier werden wir jetzt eine Dings bauen. Eine Brücke. Nehmen wir den. Der nämlich hier raus kommt. Und lassen wir. Ja. Der ist schief. Das gefällt mir nicht. Der muss einmal hier rüber. Der muss hier hin. So. Lassen wir von hier raus kommen. Lassen wir hier rein gehen. Perfekt. Ähm. Und dann müssen wir eigentlich nur noch den Fahrstuhl von hier wieder nehmen. Wenn wir den so nehmen. Ne. Schade. Das wäre eigentlich noch cool gewesen. Wenn wir den direkt hochgeleitet hätten können. Aber. Mist. So geht das auch nicht. Verdammte Scheiße. Hier ist alles im Weg. Hier ist alles im Weg. Aber wir müssen doch da rankommen können. Ja. Fahrstuhl. Genau. Fahrstuhl. Da. Fahrstuhl. Hier. Okay. Wir machen den mal weg. neben den. Hier. Okay. Wir müssen den so machen. Ist aber okay. Das hat ein bisschen verrückt. Verrücktheit. Alter. Ganze Ding hier. Ist eine reine Katastrophe. Aber wirklich. Ich bin mir absolut nicht sicher, wie wir den da raus bekommen. Können wir nur über Fahrstühle machen und den dann nach oben raus bringen. Alter. Das kann man nicht. Das kann man sich nicht geben hier. Okay. Aber funktioniert. Im Grund und Ganzen funktioniert es. Jetzt Strom angeschlossen haben wir. Hm. Wir werden daraus jetzt. Wir werden jetzt Statoren anlaufen lassen. Und dann müsste diese ganze Sache eigentlich funktionieren. Theoretisch. So. Wir sagen jetzt hier Statoren. Genau. Er lädt schon und er produziert. Zehn Sekunden. Dann baut er ein. Perfekt. Hier sagen wir ihm auch. Baustador. Stador. Da kommt der Erste an. Okay. Der fährt jetzt da hinten lang. Genau. Fährt denn da hoch. Perfekt. Fährt dann den ganzen Weg da oben lang. Hör auf zu ruckeln Spiel. Ich hau hier rein. Ey. Ich schlag das Spiel tot. So. Da oben fährt er gerade. Da. Ja. Dann geht er hier runter. Ja. Dann geht er hier auf diese Schräge. Geht dort rein. Und wird dort eingelagert. jetzt. Perfekt. Ja. Das ist gut. Also Statoren werden jetzt auch gebaut. Alter. Wieso zieht er denn so viel Draht hier raus? Holy shit ey. Wie viel Draht zieht er denn bitte? Wie viel Draht zieht er? Er zieht und zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. Wo geht das alles hin? Ach der macht bestimmt ein 500er Stack da rein oder? Der macht da bestimmt ein 500er Stack rein. In beiden. Also zieht er tausend Stück raus, wa? Ja. Der macht ein 500er Stack. Ja okay. Dann ist normal. Das ist auch nicht schlimm. Und jetzt müssen wir Motoren bauen, ja? Und Motoren bauen wir aus Rotoren und Stadoren. Die wir jetzt jeweils gebaut haben und jeweils eingelagert werden. Motoren. Genau. Rotoren und Stador. War ja ey. Das kann ja was werden. Und Motoren brauchen wir wiederum für... Wofür brauchen wir eigentlich Motoren? Keine Ahnung. Aber sie zu haben kann nur gut sein. Schwerer modulare Rahmen müssen wir auch noch irgendwie bauen. Aber das ist denn eine ganz große Maschine. Das ist ja denn... So ein Fabrikator hier. Und die sind ja astronomisch groß. Puh 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 puh. Okay. Das war's aber auch wieder für die Folge. Nebelei hier. Und wir sagen... Tschüss. Bis zur nächsten Folge.